Das Besondere an meiner Freizeittätigkeit ist, wenn man im Auto rumschrauben wollte, musste man sehr viel an Hardware tun, am Motor rumdrehen. Durch Technologie ist alles einfacher geworden und man schließt ein PC zum Beispiel an, setzt ein paar Bit anders und man hat ein ganz anderes Verhalten des Fahrzeugs. Genauso ist es auch hier mit unseren Produkten. Die werden auch immer ausgereifter. Früher musste man Hardware ändern, Platinen ändern, um irgendwelche neuen Funktionen zu implementieren. Die Grenze ausloten und sich daran möglichst nahe zu bewegen. Wenn ich zum Beispiel auf der Nordschleife fahre, ist eigentlich vergleichbar mit der Entwicklung, die man hier in der Firma Wanzel stellenweise machen muss für ein neues Produkt. Meine lange Tätigkeit hier in der Firma hat mir die Möglichkeit gegeben, Sachen auch aus anderen Winkeln zu betrachten. Die Schnittmengen zwischen Freizeittätigkeit und Jobtätigkeit sind eigentlich, dass man die Grenzen auslotet und diese aber auch nicht überschreitet. Nur dann ist eigentlich der Erfolg gesichert für das Produkt. Mein Name ist Peter Kowal, ich bin 53 Jahre alt und Applikationsentwickler bei der Firma Wanzel in Leibheim. Die Schnittmengen Untertitelung des ZDF, 2020